Ähm... Los! Rack, Rack! Pikachu, mach Kopf los! Ja, gut! Jetzt geht's rund, erst die Oma, dann der Hund, wir switchen rüber und let's rock! Ja, mal se... So schleppt man auf jeden Fall Kukuna mit sich rum! Sehen, wie die Pokémon-Reise von Rot verläuft! Twitter! Die haben einfach Twitter ein Handy! Ich dachte, der macht jetzt so eine andere Funktion! Ich hab bei Pokémon Kristall, Gold oder Silber sind ja alles dieselben, bis auf ein paar Änderungen sind es nicht dieselben, aber an sich sind es dieselben, weil es halt die gleichen Spiele sind. Ständig ruft mich einer an, das war so nervig! Wer diese Funktion erfunden hat und dass man das nicht mehr abstellen kann, den hätte man eine Bierflasche wegnehmen sollen und vor den Kopf hauen! Habe eben meinen Rivalen blau im Kampf abgezogen. Schnapp sie dir alle! Oh, na klar! Ich brauche einen Rivalen, um der allerbeste zu werden! Auf jeden Fall! Hey, Kitty! Willst du meinen Pokémon-Rival? Hey, Kitty! Hier steht sie dann ruhig da und macht nichts! Der schreit einfach, hey, Kitty! Willst du sein? Krass! Klare Sache, Alter! Okay! Lass uns... Ich probiere nachher mal, ob das draußen auch so funktioniert wie hier. Kämpfen! Ich wähle dich, Pikachu! Das ist ein interessantes Pikachu! Pikachu hat sich ganz schön verändert über die Jahre! Das ist ein Kokuna! Aha, ich weiß! Ich habe es nur nach dem Lieblings-Pokémon meines Idols benannt! Das ist so dumm, Alter! Was ist so dumm? Ähm, okay, also, ähm... Los, ratz, ratz! Pikachu macht Kopfnuss! Hahahaha! Ja gut, ich dachte es kann nur härten, aber... An sowas habe ich auch nicht gedacht, Alter! Hahahaha! Ich scheiß mich ein, Alter! Das erinnert mich an die Mario-Falke! Hahahaha! Schmeiß einfach den Ratzfanz vorm Schattel, Junge! Das arme Kokuna! Gut, wenn es eh gehärtert ist, dann ist es ja egal! Hahahaha! Hahahaha! Was ist jetzt los? Hallo? Krapfratz! Nein! Gewonnen! Jetzt habe ich hier unten die Windows-Leiste im Bild! Gute Arbeit, Pikachu! Das ist unfair! Das ist nicht mal... Junge, was ist jetzt denn der Abfuckscheiße? Hä? Nein! Gewonnen! Gute Arbeit, Pikachu! Das ist unfair! Das ist nicht mal ein richtiges Pikachu! Hä? Der hat doch gesagt, der hat's nur danach benannt! Die Wale! Kommt nicht mit Niederlagen klar! Wir sind keine Rivalen mehr! Gut... Wenn man verliert, sind man keine Rivalen mehr, okay? So funktioniert das also in der Pokémon-Welt! Ich gehe heim! Ha! Feigling! Käfersammler geht heim! Das heißt, es gibt nur noch dich und mich anderer Typ! Oh mein Gott! Wo kommt denn der jetzt her? Ja! Ich will keinen Stress! Hier! Was? Random-Zuschauer-Sessbrief-Tasche-Wurfein? Und rennt davon! Hahaha! Ist das geil! Ja, da wurden nur 17 Dollar drin, na geil! Schau dir das an, Pikachu! Ich bin erst seit zwei Tagen Pokémon-Trainer und habe bereits alle meine Rivalen besiegt! Jetzt muss ich nur noch ein paar neue Pokémon fangen und schon kann ich mir den Champ vornehmen! Ein Shiny-Bediza?! Oh! Ich träume schon so lange von diesem Moment! Pokéball, los! Oh nein! Wie kann man sich denn mit nem Pokéball selber fangen?! Pikachu, hol Hilfe! Hahaha! Hahaha! Oh Gott! Hahaha! Es gibt einen Forum! Was ist das für eine Scheiße, die so geil ist, dass es wirklich richtig geil ist! Hahaha! Oh Gott! Schöne es mir ein! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr noch nicht getan habt, abonniert dich, verabschiede mich und bin damit raus! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal!